Herzlich Willkommen bei S21 BAU TV das sind die Arbeiten an R9 vielleicht erwische ich da von drüben noch einen Schnappschuss und links kommt jetzt die Armierung für die Hutze bei K17 ins Bild da wird also fleißig gerade lang gearbeitet die nächste Einhausung steht bereit und dient gerade als Garage und die kommt dann auf den neuen Steg und da sehen wir von hier schon den ersten Stahlträger nämlich genau da ich laufe mal an der Bahnhofsmission vorbei da sehen wir bestimmt noch mehr von dem Konstrukt ich bin nicht mehr auf die Krankenkasse ich bin nicht mehr auf die Bahnhofsmission jetzt kann so Ja, ich sag nur, fette Stahlträger. Die müssen ja auch was halten und es muss unten die Baulogistikstraße noch funktionieren. Die Längsträger liegen links im Bild zu sehen schon bereit. Und ganz weit hinten links sieht man die Betonage der einen Zwischenwand in BA21. Und dann geht es um die Baulogistikstraße. Hier machen wir es uns mal ein bisschen gemütlich und dann versuchen wir mit Zoom das einzufangen. Also einmal hier die Betonnage und dann auch noch Schwalbauweg Süd. Ja, ich mache mich auf den Weg. Um dort auch noch ein bisschen mit der Kamera die Betonnage zu filmen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau! Tschau!